Hier haben wir eine junge Frau, eine Kollegin mit einem wunderhübschen Hals und die Behandlung hier erfolgt bezüglich der Halsfalten. Diese Halsfalten haben viele Patienten bereits auch im jungen Alter. Es beginnt bereits mit 24, 25, 26 und geht dann im höheren Alter natürlich noch deutlich mehr. Allerdings hier eine schwache Ausprägung dieser Halsfalten in diesem Fall und die Behandlung wird hier ausgezeichnete Ergebnisse mit sich bringen. Es ist eine Kombinationsbehandlung und die Kombinationsbehandlung mit Botulinumtoxin und Hyaluronsäure bis das perfekte Ergebnis hier zustande kommt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017